Wo ist er? Hier, da hockt er. So vor sich, das kann sein, dass hier irgendwer drin hockt, ne? Der hockt vor dir, siehste? Oh, scheiße. Alter! Das geht nicht auf, okay, wir müssen in eine andere Richtung. Wo ist der jetzt? Wir sehen das mal an. Ich hab den Hasen hinter uns hierhoffeln sehen, deswegen wusste ich, woher das Geräusch kommt. Wahrscheinlich ist das eine Fehler in der Arma 2 Ende. Wahrscheinlich gibt es irgendwo ein schreiendes Baby als psychische Klamotte irgendwie im Spiel. Und die hat jetzt der Hase intus. Haha! What the fuck? Warte, läuf' mal auf den... Nein! Hab' ich dich aufgeschossen? Nein, der Hase haut ab. Alter! Hier, das kommt von dem Hasen! Geiler Scheiß. Das ist kein Scheiß! Wo ist er? Nein! Warte, hier, hier, warte, ich hab' ihn gleich. Warte, warte, warte. Der Niggerhase! Alter! Der Hase macht mir Angst, komm, geh mal weg. Ja, ich hab's aufgenommen. Ich hab' nimmer noch am Aufnehmen. Warte mal. Jetzt soll ich den Techno... Hahaha! Noll! Was ist das? Sorry! Wo ist der Techno-Hase? Guck, 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 da ist der. Soll ich mal abknallen? Der Techno-Hase! Alter, nimmst du das auch? Ja, natürlich, Mann! Knall den nach! Kein Techno-Hase! Warte! Das kommt von dem! Hier! Guck mal! Zurück, komm mal zurück! Da, 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 da! Guck, guck, guck! Hier hoch! Warte, warte, warte! Leuchte! Alter, was ist das denn? Ist das... Ey, ist das ein Easter Egg? Oder was? Der tanzt auch noch dazu, Mann! Er hoppelt hier durch die Gegend und... Warte mal! Warte, warte! Leuchten an, leuchten mal an! Doch! Ich komm auf den zu und das wird lauter! Das ist der Hase! Leuchten mal an, leuchten mal an! Warte, ich knall den jetzt mal ab! Ich will wissen, ob das aufhört! Hallo, bleib stehen! Hä, ich hab'n getroffen! Äh, du kannst auch ruhig mal... Und sterb, Techno-Hase! Warte mal! Ja! Wenn du willst, kannst du ja auch gerne mal ein bisschen durch die Gegend... Wo ist das? ... und leicht genommen durch die Gegend... Wo ist das denn? Wie ist das denn? Wir verfolgen jetzt einfach das Geräusch! Da hängt ein Doppelter! Ist das geil! Warte, warte, warte! Ich knall jetzt mal mit meinem fetten MG weg, dann müsste der eigentlich tot sein... Oh mein Scheiß! Der macht hier Techno-Mucke, der Hase! Warte, aber... Du musst dann hochladen, ey! Und der ist unsterblich! Ich kann den nicht töten! Also der unsterbliche Techno-Hase! Ich hab' mein halbes Magazin in den reingekippt, Alter! Hört man unsere Stimmen eigentlich auch? Hä? Ja, sollts auch aufnehmen! Die unsterbliche Techno-Hase! Ja, ja, unsere Stimmen hörten auch! Alter! Da hat grad so ne Frau gesagt... Don't kill me, please! Don't kill me, please! Don't kill me, please! Okay, ich glaub' wir können hier wieder runtergehen, hier ist nix! Pssst! Es geht aber noch weiter hoch, die Leiter! Guck mal, der Hase ist direkt wieder entfügt, oder? Ja, aber da ist meistens nix! Guck mal, der Hase ist direkt... Ja, muss auch da die Treppe gehen, ist sicher... Der steht nicht! Das war ein Headshot! Hör mal kurz schauen! Ja... Jetzt kommt so ne Computerstimme! Hä? Alter, Missing Note! Hm... Jetzt kommt wieder die Musik! Es ist doch wieder Musik! Haha! Wie geil ist das denn? Ey, komm mal her! Der kann uns mal nachlaufen, bis wir da sind! Der läuft jetzt automatisch nach! Ich geh wieder bis ganz nach unten! Guck mal, der tanzt sogar dazu! Haha! Das ist so dancing cool! Wie geil ist das denn? Alter, das Video musst du mir nachher mal schicken! Das muss ich dir mal bezeigen! Das glaubt mir keines auch! Ich will mir das auch sehen! Ey! Ich lade das auf YouTube hoch, ganz sicher, Alter! Geil! Das wird dann Patent auf dich! Damit kriegst du gute Likes, ey! Alter! Haha! Lauf mal eben davon weg! Mal sehen, ob der Ton leiser wird! Warte! Warte! Kannst du gut aufstehen oder so? Hm! Ja doch! Da wird ein bisschen leiser! Sag mal ruhig! Ja, das ist der Hase! Ich drehe meinen Kopf nach links und rechts, nach links! Höre ich es auf dem linken Ohr, nach rechts auf dem rechten Ohr! Warte, ich komm mal! Sag mal ruhig! Warte, ich dreh's mal! Wo seid ihr denn gerade? Wo steckt ihr denn gerade? Über Elektro? Oh, mitten im Wald! Mach ich doch schon! Alter! Andere Richtung! Durch den Wald! Sicherer! Krass! Der Hase ist so krass drauf! Ich google das mal eben, ob's davon Easter Egg gibt! Scheiße! Ich hab Zombie am Arsch! Boah! Ey, da ist ein Zombie glaube ich! Ey, da ist noch ein Typ! Hey, da ist noch ein Typ! Hey, hey! Guck mal! Hey, mach Licht aus! Mach Licht aus, Mann! Kann ich nicht! Warum nicht? Ich bin grad getappt! Hä, what the fuck? Guck mal! Da ist... Hä? Hä? Jetzt wird der Hase zu nem Soldaten? Ach, da ist der Hase mutiert! Hä? Was ist das denn? Warte! Ein Soldat, der salutiert! Die ganze Zeit salutiert! Jetzt tot ist! Du hast ihn erschossen, du Sackiger! Scheiße! Das war gar nicht... Gar kein Soldat! Scheiße! Oh shit! Ich... Das... Du hast Spieler ungenietigt, du Sack! Scheiße! Ich dachte es wär... Hä? Oh! Scheiße! Oh! Oh! Scheiße, Mann! Oh ne, das tut mir total leid jetzt! Der hat salutiert, um zu zeigen, der will uns nix tun! Ah, sind wir blöd, Alter! Boah! Du... Das ist hart! Das ist gemein! Der hat ein rotes... Alter, der hat ein rotes Berett angehabt, ne Monetäruniform, und hat vor uns salutiert wie ein Schwachkopf! Aber echt! Ich dachte... Ich hab den ja schon ge... Hä? Ich hab den ja nur noch in der Aufnahme, so dass ihr's wisst und der sagt, wenn ich Stopp machen soll! Hä? Aber, äh... Das versteh ich nicht! Der kam daher, weiß, der hat auch schon so ein bisschen gelootet, dann dachte ich schon, das sei ein Spieler... Alter! Der hat... Der hat... Der hat... Der dem... Der hat... Euro... Er.. Der steht gar nicht auf der Liste! Der steht... Äh... Der ist wahrscheinlich... Ach ne, der muss ja rausgehen, aus dem Cyber, um zu respawn, das geht ja hier nicht! Ach, der tut mir ist so leid, ich bin so ein Depp, Alter! Fuck Heute bringt dir nur Unschuldiger um Alter, ja gut, mach mal jetzt Der findet sich hier in der Wildnis nie wieder im Dunkeln Ich loote den jetzt, ohne Mist Ja, nimm seinen Rucksack, Alter, den fetten Backpack öffnen Was hat denn der alles dabei gehabt? Oh Mann, ey, du Schwanz, Dutscher, du hast den umgenietet Du hast den einfach getötet Das wollte ich nicht, Alter Ich dachte, das sei ein Spieler Ich dachte, das sei ein Bug oder sowas Alter, wie hat der uns Wieso ist der ohne Taschenlampe Durch die Wildnis gelatscht? Ohne Waffen vor allem Ey, geil, ich hab hier echt fettes GPS Der hat einen dicken Coyote-Rucksack Tarnuniform Ey, aber hat nicht mal die Axt als Waffe Draußen gehabt Der hat alles weggesteckt, um zu zeigen Dass er euch nichts tun will Och Mann Hey, ohne Scheiß Das Spiel macht mir so keinen Bock Ich hab heute schon dicht getötet Tim und den armen Typ ist auch noch, Alter Mann, ey, es gibt es doch wohl nicht, Mann Das ist, boah Tim, wie siehst du eigentlich, was hast du die Helligkeit hochgedreht? Ja, so ich sehe, nicht schlecht Aber ich hab die Helligkeit so, wie sie vorgegeben wird Ich hab auch volle Pulle und dann sieht man wohl alles Ja gut, ich beende, aber jetzt mal die Aufnahme, ihr habt ihr gesehen, hier Hase und so Hase und so Hase und Fail Hase und cool